so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal die begrüßungen werden immer spektakulärer hier heute die werwolf von geisha geisha hat immer keine ahnung ich sag her gemacht richtig schönes dreiecks design also da hat man sich schon was bei gedacht bei dem cake ja hinten steht wieder das übliche drauf ja in deutsch niederländisch und be ist wahrscheinlich belgisch oder so keine ahnung was haben wir denn hier so steht nicht drauf ich kann es nicht achter 217,5 gramm und ich habe den effekt im kopf aber leute wie gesagt ich kenne mich mit effekten nicht so aus ich kann euch gar nicht sagen wie der effekt heißt ihr werdet es ja selber gleich sehen grüße am pyronissimo danke durchstieg habe ich das ding entdeckt sonst hätte ich das wahrscheinlich bestellt ich habe ihn euch mal verlinkt guck mal bei ihm vorbei dem süßen und ja das heißt wir sehen uns gleich bei der zündung der geisha werwolf viel spaß mit dem teil wieder romantisch am lagerfeuer die geisha geisha lest doch selbst werwolf viel spaß leute gucken was ich kann also lieben vielen lieben dank an pyronissimo fürs zeigen haben wir geiles seil das ist fett alter Bis zum nächsten Mal.